Heeeey, wuhu! Ach wie geil! Ach nein, wie geil! Hab ich den jetzt... Da, kriegst du noch einen Pfeil! Sackface, ey! Da hat er sich selbst zerlegt? Wie geil ist das denn? Der ist nahezu unvernichtbar für mich Und der zerlegt sich selbst da Das ist nicht schlecht Die Taktik muss ich mir merken Wegrennen und die Leute sich selbst zerlegen lassen Oh! Oh! Das geht los! Das geht los! Oh, stop! Oh, stop! Oh! 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 Ahh! Komm, dann versuchen wir es noch mit dem Rennen hier Vielleicht macht er das ja auch so geil wie der andere Hi Was ist los? Schaffst du es nicht? Hallo? Nein! Wo ist er? Da ist er lang gerannt Was ist los? Was ist los? Kannst du das nicht? Ist er jetzt schon wieder da unten lang gerannt Hey Vielleicht habe ich hier noch was stärker als ein Feuerball Ja 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 Kugelblitz. Sturmfast. Was haben wir noch? Pyrokinese. Eiswelle. Heilung. Feuersturm. Wo ist der jetzt hin? Ist der jetzt hier lang gelaufen oder was? Ich meine, im Endeffekt ist mir das egal. Wenn der nicht mehr da ist, ist das gut für mich. Aber nicht, dass der mir irgendwann den Rücken sticht. Feuerball. Kugelblitz. Kugelblitz. Ja, ich nehme mal Kugelblitz und guck mal wie das als nächstes wirkt sozusagen. Ah, da ist er ja wieder. Okay, Kugelblitz scheint keine große Wirkung zu haben. Sturmfaust. Sturmfaust vielleicht. Sturmfaust vielleicht. Äh, auch nicht. Pyrokinese. Auch nicht. Das scheint mir gar nichts zu tun. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, äh. Boah, den blöden Spacko möchte ich am liebsten einfach nur färtsch machen, ne? Ah, laufen! Boah, scheiße, vertragen die viel. Ja, jetzt habe ich schon aber, jetzt habe ich schon in die Falle gelockt. Näh, komm schon. Hm, okay. Ich hatte den Schleifmodus aktiviert. Da kann ich noch nicht durch. Ach, näh. 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 Erstmal mache ich mir eine Armee der Finsternis. Kommt schon, Leute. Ich brauche euch. Party-Truppe. Ich bin schon voller Updancing hier. Da seid ihr ja. Perfekt. So. Feuersturm. Armee der Finsternis. Blitz. Okay. Leute, eure Chance. Alter, die Skeletten, ne? Das darf doch nicht wahr sein. Verdammte Scheiße. Lass dich hier nicht mehr blicken. Halt deine Schnauze. So Leute, haut auf. Ich gehe in der Zeit mal ein bisschen auftanken und die Waffe wechseln. Das kann nicht sein, ja. Boah. Der meditiert da fröhlich vor sich hin, während die da alle auf den einschlagen. Hm. Ob das geht? Ich bin mir nicht sicher. Schneller. Ich mache jetzt einfach mal damit verwalten. Okay. Also ich kann damit halbwegs kaputt machen, aber so wirklich was bringen tust mir nicht. Weil ich den Scheiß noch nicht kann. Weil ich den Scheiß noch nicht kann. Ich bin dann wieder mit einem Flüss. Ich kann damit sie in der Predaktion. Ich bin sicher. Ich bin der Skom goggles. Ich bin kein Problem. Aber ich kann da nie. Ich bin alles. Oh und. Ich bin alle. Ha 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 ha. Maan. Na. Da haben wir noch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Aha! Das bringt ein bisschen was, siehste? Das ist doch geil! Na das ist doch geil! Feuersturm ist also das was geil ist. Folgt mir meine komischen Patronen. Ich brauche euch noch ein bisschen. Ihr müsst gehen weil euer Volk euch braucht. Ich nehme jetzt aber noch mal schnell das andere Schwert. Nee, warte. Rahmenrecht, so. Schneller! Ich hebe eure Waffen auf. So, jetzt bombe ich da hinten die Spastis auch direkt weg. Was geil ist, das hat so einen Streuschaden anscheinend hier. Jaaa, so ist das. Genau so ist das. Gott sei Dank haben diese Spastis keine mit Armbrüsten. Oder Bögen. Also Spastis Fanatiker im Fernkampf, das wäre nix. Okay, ich weiß nicht ob ich das überlebe, aber ich suche es einfach mal. Hey!